Ein Thema, das das Seefeld immer wieder beschäftigt, ist die Veloroute des Seefelds nach vorne ins Bellevue. Man hat hier verschiedene Ideen entwickelt und auch überprüft. Eine Idee, die mit Nachbarn entstanden ist, ist, dass man das Trasse, ich stehe jetzt hier am Zürichhorn, es ist zwei Meter breit und es geht nach vorne bis ins Bellevue. Bei der Pumpstation wird es vielleicht etwas enger, damit müssen wir dann noch genau schauen, wie man es macht. Aber das Trasse, das könnte rumfunktionieren in eine Velospur. Da hat man mindestens mal eine Strecke auf dem Seefeld, oder besser gesagt sogar vom tiefen Brunnen bis ins Bellevue. Also eine Idee, die im Gespräch mit Nachbarn entstanden ist und die man unbedingt überprüfen muss.